In diesem Video geht es um die Pterosaurier, die großen Flugsaurier. Ja, was waren denn Flugsauriern so besonders? Sie waren riesengroß und wirklich ultraleicht. Wissenschaftler machten Funde von Flugsaurierknochen, die man so zurückdatieren konnte, dass man sagen kann, dass sie vor 228 Millionen Jahren erstmals entstanden sind, bis etwa eben vor 66 Millionen Jahren, da wo es dann eben das Aussterben der Dinosaurier gab. So lange lebten die Flugsaurier in dieser Zeit. Wenn der Flugsaurier, also der Pterosaurier, am Boden war, sah man, dass vom Kopf bis zum Fuß der Saurier sehr groß war. Das lag daran, dass der Hals entsprechend sehr lang war, ähnlich wie bei einer Giraffe, die ja auch einen sehr langen Hals hat. Wenn man den Pterosaurier jetzt mit einem anderen fleischfressenden Saurier vergleicht, sieht man, dass der Pterosaurier sogar den anderen Saurier ausgewachsenen fleischfressenden Saurier überragt. Auch einen Menschen, den man jetzt hier auch als Vergleich angestellt hat, den überragt er fast aufs Dreifache. Und es ist schon wirklich unglaublich, dass dieser Flugsaurier wirklich fliegen konnte mit dieser Größe. Sie waren als erste Wirbeltiere wirklich aktiv in der Lage zu fliegen und sie hatten dazu diese tragflächenartigen Flughäute, die ähnlich waren wie bei den Fledertieren, also den heutigen Fledermäusen. Und dann fragt da vielleicht einer von euch, hey, wie kann es denn sein, dass da so ein schwerer Dinosaurier mit schweren Knochen wirklich fliegen kann? Und da kann ich nur sagen, so wirklich schwer war der eigentlich gar nicht. Die Knochenstruktur, die war teilweise innen hohl, aber dennoch war sie belastbar. Ihr kennt es ja vielleicht aus den heutigen Kunststoffprodukten, die ja teilweise auch hohl sind. Kunststoffprodukte sind ja auch nicht komplett ausgegossen. Sie haben innen eine zum Beispiel wabenförmige Struktur und können so eine hohe Stabilität bieten. Ähnlich war es dann wahrscheinlich bei den Pterosauriern, die so eine hohle Struktur hatten in den Knochen. Auch wenn die Riesenflugsaurier auf dem Boden waren, brauchten sie trotzdem eine immense Kraft, um sich vom Boden abzustoßen und entsprechend dann fliegen zu können. Also es ist noch nicht ganz geklärt, wie sie das wirklich gemacht haben, aber vermutlich haben sie sich mit ihren Flügeln und mit den Beinen entsprechend nach oben gestoßen. Wie man also auch auf den Fotos schon sehen kann, bewegten sie sich vierbeinig vorwärts. Das heißt, sie hatten hinten diese zwei kleinen Füßlein und vorne entsprechend die abgeknickten Fügel, die sie dann zum Fortbewegen nutzten. Und viele sagen ja, warum hatte denn der Pterosaurier kein Federkleid, aber das war wie gesagt bei den Fledermäusen, die hatten ja auch kein Federkleid. Trotzdem ist es natürlich schon so, dass Wissenschaftler vermuten, dass gewisse Pterosaurierarten ein Federkleid entwickelten, bloß nur viele Millionen Jahre später als gedacht. Die Pflugsaurier entwickelten sich also schon sehr, sehr früh, also in der Triaszeit, vor 228 Millionen Jahren. Hier gab es aber nur noch Fragmente zu finden von den Wissenschaftlern. Dann gibt es eben Pflugsaurier aus der Jura-Zeit und die größten Tiere, also die größten Pflugsaurier, entwickelten sich in der Kreidezeit. Übrigens heißt das Wort Pterosaurier nichts anderes als Pflugsaurier oder wörtlich übersetzt Pflug-Echse. Und diese Pflug-Echsen waren also wie gesagt in der Kreidezeit wirklich am größten. In dieser Zeit gab es aber auch noch ganz viele andere Arten von Pflugsauriern, die auch verschiedene Namen haben. Zum Beispiel darunter der bekannte nach dem Aztekengott Quizalquatl benannt, Quetzalquatlus. Man sieht also, dass dieser Pflugsaurier, der Pterosaurier bzw. eine lange Evolutionsstufe hinter sich hat. Angefangen hat es entsprechend dann eben bei den Krokodilen. Das heißt, die Evolution brachte aus den Krokodilen die Archosaurier heraus und aus den Archosaurier entstanden dann entsprechend die Pflugsaurier. Letztendlich haben sich daraus dann diese gigantischen Flugsaurier entwickelt, also bzw. wie entsprechend der bekannte Quizalquatlus. Vermutlich handelt es sich dann hierbei um quasi Segelflieger, die wie Greifvögel den Aufwind benutzen mussten, um mit einem möglichst niedrigen Energieaufwand möglichst weite Strecken zurücklegen zu können. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch ein Abo oder ein Like da, wenn ihr mögt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.